Was ist die Drehscheibe? Mit meinem Bein stütze ich die Beine der Patientin und sichere so gegen nach vorn rutschen. Mit dem Alpha Magic unterstütze ich nun den Aufrichtsvorgang. Wenn die Patientin steht, verlagere ich mein Gewicht auf die Drehscheibe und drehe sie zum Rollstuhl und kann sie so schonend absetzen.